Ich meine, niemand weiß, wo wir sind und wir... Wir sind wirklich unter uns. Wir hatten einen Autounfall. Wo ist meine Freundin, April? Da waren Leute im Haus. Da lebt schon seit Jahren niemand mehr. Doch, ich sah da jemanden. Kommen Sie raus, mein Freund. Es gab ein Missverständnis. Ich brauche Hilfe. Ich bin Bürger der USA. Ich habe mit meiner Freundin Urlaub gemacht. Ich brauche eure Hilfe. Ich muss irgendwie nach Athen. Da ist die US-Botschaft. Sind wir in Gefahr? Ich weiß, Sie haben Angst. Das verstehe ich. Denen fehlt einfach der Weitblick. Wer ist dann hinter mir her? Der Mann will mich umbringen! Sie müssen sich sofort der örtlichen Polizei stellen. Wenn ich das tue, bin ich in 30 Minuten tot. Es ist vorbei, Beck. Was folgen Sie denn vor mir? Was folgen Sie denn vor mir? Nein, ich bin mit mir. Du bist das producer. Ich bin mit mir. Ich bin mit mir. Vielen Dank.